Fotogrammkarten unterschreiben, die kommen nämlich in die Special Boxen mit rein Das ist mein Mittwoch Nachmittag hier, ganz entspannt, macht auch Spaß, sieht zwar nicht so aus, aber es macht Spaß, da hat man mal so ein bisschen Zeit, um über manche Dinge nachzugrübeln und sowas und dort geht jetzt hier noch ein paar Stunden so, freut euch, ihr könnt die Box ja schon vorbestellen, eine klassische Vorbestellung ansetzen, da ist dann so eine Autogrammkarte mit drin, ich schreibe auch auf einer meine Telefonnummer, so als Bonus noch und bis dann, wir sehen uns beim Dingsbums. Tag 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.